Musik 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 Hey und willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes Hey und willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes Servus mal Heute gibt es den ersten Vlog auf diesem Kanal Hey und willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes Servus mal Hey und willkommen auf meinem Kanal Marcel Daffes Servus Ich würde einfach mal Danke sagen für die 100 Abos Hey und willkommen auf meinen Kanal Marcel Daffes Servus Hey und willkommen auf meinen Kanal Marcel Daffes Servus mal Ich wollte einfach mal Danke sagen für die 100 Abos Ja, das ist halt ein Wiener Dahmer Zeit Hey, genau, wir fahren nach Wien. So wie jetzt habe ich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, was er darf es? Sehr gut, Leute. Willkommen auf meinem Kanal, was er darf es? Heute wollte ich einfach mal Danke sagen, dass Sie mich unterstützen, zum Beispiel meine Mutter, analysiere ich dieses ganze Set auf mich, diese Kamera, veranfizieren alles, ja. Was ich mich auch bedanken möchte. Der Lexer, das ist die Mutter meiner Freundin, ja, sie unterschützt mich auch sehr, sehr viel durch Probleme, YouTube und alles, was das ist. Ganz besonders möchte ich mich auch bei meiner Freundin bedanken. Der Triebbrechen, der beste war, Meme aus der Scheiße, sie hilft mir, sie hilft mir immer, ja. Auch Danke sagen, welche nicht, ja. Und, warum wichtig das Wagen ist, den Leuten, die mich unten sehen wollen, ja, habt es probiert, habt es nicht geschafft, die können es gehen weiter probieren, die werden es nicht schaffen, oder? Ja, ich bin es mir nicht mehr so zu sagen, danke für zwei Jahre, was man darf es. Und, ich würde mich freuen, wenn wir mehr Jahre haben, wenn wir mehr schöne Jahre, sagen, was wir darf es haben, dann hören wir uns, beim nächsten Jahr wieder, Kau, oder? Dann geht's mir da. Ja, dann geht's mir da. Vielen Dank.